Herzlich Willkommen, heute im Podcast, ich freue mich riesig, dass er da ist, Chris Blaser. Chris Blaser ist CEO und Founder bei G3D Art Emotion aus Zürich, er hat bei SAE studiert, ist dort Producer gewesen, soweit ich das verstanden habe, VFX machst du, 3D Design ist so seins, VR, Compositing und ER ist sein Thema, er wird gleich noch ein bisschen mehr davon erzählen. Wir haben uns gerade vorhin schon darüber unterhalten, was das genau ist und das klingt mega spannend und ich freue mich riesig, dass du da bist, hi Chris. Hallo, danke dir, dass ich da bin. Super, danke schön, jetzt kannst du nochmal alles das berichtigen, was ich jetzt falsch erzählt habe. Nee, falsch war es nicht eigentlich, ich mache relativ viel, also das Hauptfokus im Moment ist Visual Effect Supervisor, mit Planung und Vorbereitung, Pre-Production für Filme oder Commercials oder verschiedene andere Sachen. Und eben neben dran, was du auch kurz angetönt hast, halt der ganze Bereich von Extended Reality, Virtual Reality und Augmented Reality, AR, wo ich meistens Planung oder Konzeptumsetzung mache, wo man halt die neuen Technologien nutzt, um enhanced Realitäten nutzen kann, für Simulationen zum Beispiel oder für Trainings-Einheiten für neue Maschinen oder halt ein Industriepfad zum Beispiel, den ich gerade am machen bin, wo man über das Mobile Phone, so a la Pokémon Go, so in der Richtung eigentlich dann Informationen kriegt, wie die ganzen Bereiche umgebaut werden. Man kriegt schon so einen Glimpse in die Zukunft durch das Mobile Phone und AR und später wird es dann umgekehrt und man hat eigentlich dann einen historischen Pfad, wo man sieht, wie es früher ausgeschaut hat und kann dann eigentlich durch die Historie der Gebäude oder der ganzen Fabrik in dem Fall irgendwie durchlaufen. Sehr cool, also das klingt echt cool, echt spannend. Ich würde gerne später nochmal darauf eingehen, was du da so für Programme nutzt. Das würde mich mega interessieren, wie das so aufgebaut ist, wie man das so aufs Handy oder aufs Nadel umbauen kann und so. Aber ich würde gerne erst mehr von dir wissen und zwar, du hast jetzt erzählt, was du machst und so und jetzt Thema Videografie ist ja bei mir so auf dem Podcast und du machst ja Filme. Was ist denn da so für dich der Unterschied, Film und Video? Ja, Film und Video, Unterschied. Heute ist eigentlich der Unterschied nicht mehr so groß. Ich meine, wenn ich vor 20 Jahren angefangen habe mit Video, ich habe seit 25 Jahren angefangen mit 3D-Animationen, mit digitalen Effekten, kam dann eigentlich über das Ganze mehr ins Videobusiness rein. Damals auch noch viel Livestreaming, Fernsehen, Videoproduktion. Der Unterschied war halt, oder für mich immer noch zwischen Video und Film, früher mehr. Man hat natürlich Video auf Tape aufgezeichnet, auf schön Band noch irgendwie. Damals Mini-DV, Beta-Cam, Beta-SP und weiß ich was für Formate, wo man dann stundenweise wieder das Ganze einspielen musste. So nach dem Motto, schnell Chip kopieren und los geht's, ging da noch nicht. Und man hatte halt die kleineren Chipsätze. Das heißt, man hatte natürlich immer ein extrem scharfes Bild und musste mit verschiedenen Tricks arbeiten, damit man schöne Unschärfen bekommen hatte. Was man heute ja mit sehr vielen Stilmitteln eigentlich umsetzen kann. Ob man jetzt eine DSLR-Kamera nimmt, eine RED oder eine ARRI oder sowas, werden heute, egal ob es für Videoproduktion oder für Filmproduktion, werden eigentlich die gleichen Kameras heute eingesetzt. Ja, cool. Aber der Bereich letzten Endes, ich habe zwar Videoproduktionen gemacht damals, aber versuchte natürlich immer den Filmlook hinzukriegen im Video schon. Also damals mit MovieTube oder mit P&S-Technik, Filmadapter oder so Zeugs auf der Canon XL1 oder irgendwie sonstigen Beta-Cam-Kameras irgendwie noch in PAL-SD-Format irgendwelche Konstruktionen vorher gebaut, wo wir dann irgendwie so eine Kamera hatten und irgendwo zwischen der Kamera nochmal irgendein Teil dazwischen, dass dann eben der Filmlook entsteht. Also war alles extrem mühsam, dann kamen die ganzen Digitalkameras und das war es dann leichter sozusagen. Ja, cool. Man hört richtig raus, du bist schon lange, lange dabei, du hast echt super Erfahrung, bist wahrscheinlich auch mit dem ganzen Fortschritt, mit den ganzen Erneuerungen, da kommt mir wahrscheinlich heutzutage auch sehr schwer hinterher, oder? Wenn du dich gerade mit einem auskennst und es kommt wieder was Neues, dann wieder alles. Also ich meine, wenn ich das so höre, du machst jetzt Visual Effects, VR-Compositing und diese räumliche Animation, das ist ja dann schon alles, du bist ja schon eigentlich quasi in der Zukunft, oder? Oder mittendrin? Ja, mittendrin. Also es ist natürlich so, was hat mich zum Film gebracht, muss ich vielleicht so noch ein bisschen erklären. Ich meine, ich habe glaube ich 6, 7 das erste Mal Star Wars gesehen und fand dann, wow, cool, okay, das will ich auch. Dann bin ich glaube irgendwann so mit 8, 9 hat sich glaube ich mein Vater der erste PC gekauft, den er für die Arbeit benutzte. Den habe ich mir dann relativ schnell gekrallt und die ersten Grafiktools oder sonstes Zeug da drauf ausprobiert. Und später kam ich dann irgendwie an die ersten damals noch gecrackten Versionen von irgendwelchen 3D Studio Max oder irgendwelchen 3D Tools ran und habe dann natürlich versucht, irgendwelches Zeug zu generieren. War damals natürlich dann noch ziemlich schwierig, weil man da halt noch Silicon Workstations brauchte, die halt dann in Unmengen an Geld kosteten. Also hat man halt dann irgendwie mal was Kleines generiert und ließ dann mal den PC irgendein paar Tage laufen, damit man ein einziges Bild gerendert hat. Genau, das kenne ich noch. Oder ganz Anfang, die ersten 3D Tools waren noch so, da musste ich hingehen und mit Text das ganze 3D Objekt programmieren. Also da habe ich dann irgendwie ein Papier nebendran, meistens Karo Papier und habe dann da irgendwelche Koordinaten aufgezeichnet, wo ich dann wusste, okay, so und so muss ich das designen, damit man das irgendwie einigermaßen ausschaut. Wurde natürlich alles leichter, aber wie du sagst, klar, in der Technik ging es dann immer weiter, wurde natürlich auch immer extremer günstiger. Also ich meine, heute kriegt man irgendwie, heute kann man einen guten Game Laptop nehmen, der kostet 3.000, 4.500, kannst du schon 3D Animationen und weiß nicht was alles Wildes machen. Früher habe ich die erste High-End Workstation, da war dann auch irgendwo um 15.000 oder sowas rum. Aber die waren dann schon günstiger, als was man dann früher noch benutzt hat, an der Silicon Workstation, dann um 150.000 rum gewesen. Und auch die Software ging dann halt relativ zurück, wo ich 2000 meine Firma gegründet habe, war da noch ein bisschen die Hochkonjunktur der verschiedenen Software. Maya zum Beispiel kostet da noch 25.000 bis 35.000 Euro. Wirklich? Okay, krass. Ja, Combustion zum Beispiel war auch etwa 12.000. Und dann fing es an, ein bisschen einzubrechen oder die haben den Markt geöffnet, weil halt viel mehr Firmen im Film- und im Commercial-Bereich mehr machten mit Effekten, da man auch mehr Absatz gewesen ist. Aber eben, man muss sich ständig da weiterentwickeln. Also, wo ich halt dann hilden wollte, auch im Bereich Visual Effects Supervising, musste ich dann auch, oder da habe ich mir auch dann Zeit genommen, eigentlich jeden Bereich kennenzulernen vom, ja, sag ich jetzt mal so, vom Grip, also halt Grip-Aufbauung, Licht, sonst Zeugs, Dollys, was weiß ich was alles, bis dann zum Audio, zur Kamera, ich mache selber auch relativ viel als DOP-Kamera-Sachen, ganzen Visual Effects-Geschichten, möglichst breites Spektrum. Damit man dann jetzt als Visual Effects Supervisor am Set stehen kann, oder vorher eigentlich sagen kann, okay, das braucht so viel Zeit, das braucht der Aufwand, das wird etwa so viel kosten, können wir aber dann günstiger produzieren, und dann werden wir das alles am Set bauen, und, und, und. Also, du brauchst halt von den ganzen Bereichen ein Riesestück Know-how aus jeder Sparte im Business drin. Ja, das ist so, dass du das andere auch verstehst, was da so läuft. Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage auf der Zunge, jetzt habe ich sie natürlich wieder vergessen. Dein USP, wenn dich jetzt jemand fragt, was machen denn deine Arbeiten so besonders, was würdest du dem sagen? Ja, ich glaube, der größte Punkt ist, dass ich sage, okay, ich denke außerhalb der Box sozusagen, also ich versuche mit möglichst allen Techniken, Ideen, irgendwelche Sachen zu gerieren, dass letzten Endes die Produktionskosten, die Produktionszeit und auch das Resultat relativ hoch sind, also nicht die Produktionskosten hoch sind, aber natürlich, dass das Resultat extrem relativ hoch ist, aber die Zeit und die Kosten hält dich tief. Gerade in der Schweiz ein bisschen, kann man fast sagen, vielleicht Missioniere, damit man ein bisschen mehr Richtung Hollywood schaut, was man machen kann und wie man es halt auch macht. Da halt hingehe von Anfang an an eine Produktion, die mich vielleicht zum Beispiel reinholt, dass ich sage von Anfang an, dass ich dabei bin, dass ich kontrollieren kann, steuern kann, was muss man wie produzieren und wo, dass man eigentlich dann eben Kosten sparen kann, weil gerade in der Schweiz ist es leider immer noch ein bisschen so, man hat ein Konzept, man hat das Konzept hin und sagt dann, ja, in drei Wochen drehen wir. Pre-Production ist immer noch ein bisschen ein Fremdwort, das heißt Storyboarding, vielleicht Animatics machen, was man sieht, okay, das stimmt vom Timing her, so muss man es planen, vielleicht mit Stunt-Sachen, mit Explosionen am Set und dann Visual Effects zusammen, damit man eigentlich genau weiß, wie man es macht und nicht am Set dann entscheiden, ah, okay, hm, gut, vielleicht bräuchten wir ja da noch ein Greenscreen, ah, nee, geht schon irgendwie, fixe den Post, oder, wo man dann nach dem letzten Endes irgendwie jedes Post-Production- oder Visual Effects-Haus sauer macht, wenn sie kommen und sagt, ja, ah, ich brauche denn hier noch einen Effekt rein und die Visual Effects-Firma sagt dann, ja, geht schon, kostet einfach 50.000 und die Produktion findet halt, ich bin dir in der Schweiz, sind wir so teuer, muss sagen, du, ähm, sorry, aber, das ist genau der Punkt, wenn man es vorhin geplant hätte, wäre alles super da gewesen, hättet ihr vielleicht ein Typ mehr im Set mehr gehabt, aber der hätte dann halt gesagt, du, dreh ein bisschen offener, da braucht es noch ein paar Tag Marks, da schneiden wir uns ein Greenscreen hin, ähm, da müssen wir noch ein paar Referenzfotos machen, da nehmen wir eine Spiegelkugel, damit man irgendwie die ganze Reflexionsumgebung aufnehmen können, oder machen 360 Grad Fotografierende Aufnahmen, wie man das im Belichtungsdom oder so benutzen kann, im 3D zum Beispiel, das sind dann alles so Sachen, die eigentlich, ähm, am Set oder vorhin entschieden werden, aber in der Schweiz stiefmütterlich behandelt werden und dann im Nachhinein das Gefühl hat, ah, wir können doch schnell noch irgendwie jetzt fixen. Ja, gut, wenn du die Leute natürlich dann berätst und sagst dann Leute, das ist möglich, das ist nicht möglich und wie du sagst, Pre-Production ist eigentlich so damit das Wichtigste, also du musst dich ja schon, um so länger du Zeit hast vorher zu planen und so ein paar Projekte einfach mal dir zu überlegen, wo die Reise hingehen soll, dann ist es ja auch im Endeffekt günstiger für den Kunden, also das... Ja, absolut und das andere, was ich da auch nicht verstehe in der Schweiz, das hat vieles, ich meine, ich komme selten an ein Set, das dann wirklich ein Storyboard irgendwo da hat, ist dann alles textlich irgendwie geschrieben. Wenn es dann irgendwann mal ein Storyboard hat, das sind so die, die einzelnen, für einzelne Produktionen, die man kennt, die hat wirklich dann auch, hey, Storyboard muss hin, ähm, aber sonst ist es irgendwie, man hat irgendeinen Text, der Regisseur hat irgendeine, seine Idee im Kopf, aber das hat nur er im Kopf und das ganze Team hat so ein bisschen Nullplan, wie es jetzt dann visuell auch schauen sollte. Das sind halt genau so Sachen, wie du sagst. Da fängt es an. Wir sind im visuellen Bereich, Damage braucht, wenn entsprechend braucht es visuelle Grundlagen, damit man auch von dem, gemeinsam vom Gleichen reden, von dem sprechen kann und weiß, was man macht. Gibt es dir dann auch Tipps zum Storyboarding? Oder hast du da jemanden in der Hand, der das macht? Genau, also ich mache selber Storyboarding, und da gehört eins aktuell von dem Werbespot. Oh, ich weiß nicht, wer man sieht. Ja, ja. Ich zeichne meistens selber, also ich bin, ich bin halt auch seit klein auf, wenn ich irgendwo beschäftigt werden musste, ging es halt auch darum, hier, Papier und Stift und dann habe ich gezeichnet und das ist eigentlich auch ein Teil, wo man dann von mir her eigentlich auch dann ins Business auch reinkam, nebst dann halt Visual Effects, Filme und sowas, ich machen wollte, ging es dann halt auch darum, wir haben Zeichen, war eine gute Plattform zum Einsteigen, halt im 3D und halt immer mit dem Kunden, egal was, wo ich angefangen habe, meine Firma hat viel Produktivisualisierung gemacht, da ging es halt nur darum, okay, zeichnen wir das Ganze, wie können es ausschauen und dann hat man es dann in 3D modelliert im Schluss, weil wenn man 10, 20 Modelle nochmals modellieren musste, das war dann einfach von der Zeit her auch nicht wirklich machbar. Das ist so, ja. Und bei mir war halt immer der Punkt, dass es halt optimiert daherging, dass man möglichst optimiert einen Workflow hat, möglichst optimiert arbeiten kann. Cool, das klingt sehr cool. Ich würde noch kurz abschließend bei dir nochmal wissen, so was machst du denn in deiner Freizeit, um von dem ganzen Psycho-Stress wegzukommen? Meine Freizeit, ja, ich glaube, im Moment größter Teil irgendwie Reisen, meiner Freundin, wenn es geht, Zeit verbringen mit dir. Wenn ich mal dazukomme, irgendwie eben auch selber Befahrt zeichnen. Sport manchmal, kommt ein bisschen zu kurz. Das müsste definitiv wieder mal ein bisschen mehr sein. Aber ja, ich mehr eigentlich dann auch selber dann mal ein paar Projekte für mich zu erarbeiten, zu machen, irgendwie mit der Fotokamera hochrennen, macht nebendran noch für mich selber so ein bisschen Projekte mit Fotogrammetrie. Das heißt, ich nehme über viele Fotos verschiedene Sachen auf, wo man dann 3D rekonstruieren kann. Das heißt, die Fotos werden dann 3D-Elemente zurück rekonstruiert. Das macht auch echt Spiele-Spaß und ich so einen Ausgleich nehme. Aber brauche ich eigentlich nicht wahnsinnig viel einen Ausgleich eigentlich, weil letztendlich mache ich das, was ich noch möchte oder letztendlich was ich gerne mache. Von daher braucht es eigentlich nicht jetzt so einen Riesenausgleich. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? In 10 Jahren? Oh, gute Frage. Das ist noch schwierig zu beantworten. Ich denke, mehr und mehr vermutlich in die Richtung Consulting und halt Planung, Art Director, Creative Director in der Richtung. Film, Games, Virtual Reality-Geschichten, interaktive Medien vermutlich in der Richtung. Cool. Super. Dann sind wir damit fertig. Persönliches. Danke dir. Jetzt kommen wir zum Thema Ausrüstung, Workflow. Das ist das, was glaube ich jetzt viele hören wollen. Wie du das jetzt genau machst mit deiner Animation und so. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau. Ja, fangen wir an. Eigentlich Workflow, ich meine, Basic vom Workflow fängt bei mir halt auch schon eben mit dem an, wie man mit dem Kunden auch spricht. Also ich fange an, setze mit dem Kunden zusammen, spreche mal zuerst über seine Vorstellung und dann meistens habe ich schon Papier und Bleistift mit oder irgendwie was und fange schon mit dem Kunden an, ein bisschen Ideen zu zeichnen, vielleicht sogar ein paar Major-Scribble-Shots, die dann mögliche Szenen oder Szenenbilder zum Beispiel jetzt im Film oder im Spot irgendwie gegeben werden können. Und wenn ich dann eigentlich das ein bisschen zusammen habe mit dem Kunden, dann gehe ich zurück und dann fängt eigentlich eben Pre-Production an, halt Konzept, Planung, vielleicht nochmal irgendwie Location hin, mache Fotos, mache mit ein paar Leuten irgendwie Storyboard-Shooting oder zeichne Storyboards und nachher natürlich eben halt wieder die Absprache mit Kunden. Und dann, Hardware ist natürlich immer das Thema. Ich selber habe eigentlich von Kameras oder so her eigentlich wenig Kameras. Ich mache es mit Kunden oder Produktionen meistens so, ich gucke, was ich brauche. Viel für Visual Effects, Screenscreen mittlerweile entweder ARRI oder im Moment sogar Blackmagic, URSA Mini, einfach weil die von RAW und von der Auflösung, von der Schärfe vom Chip für so Sachen extrem qualitativ hochstehend sind und wirklich gut einsetzbar sind. Für super coole, große Bilder oder ich brauche auch hohe Auflösung, dann, klar, nehme ich eine Red Helium oder kleinere Sachen auch mal mit einer Blackmagic Pocket-Kamera. Also von daher ist es nicht so genau definierbar. Kommt immer auf den Needs drauf an oder auf die Arbeit, die wir gerade machen. Also für mich gibt es nicht die beste Kamera, das beste Tool. Es gibt das beste Tool für den Job. Es ist halt so frei auch nach dem Motto, ich meine, es nützt die nächsten 100 Franken den Hammer zu nehmen, um einen Nagel in die Wand zu schlagen, wenn du nicht einen Nagel in die Wand schlagen kannst, weil es eine Stahlwand ist zum Beispiel. Sonst eigentlich von der Hardware, vom Ablauf her, ich bin da relativ flexibel. Ich arbeite mit Premiere, ich arbeite mit Avid oder auch jetzt hat viel mit Da Vinci. Das kommt auch immer wieder auch drauf an. Wenn es was schnelles sein muss, schnell irgendwie Web-Video oder irgendwie jetzt was nicht super hochstehend sein muss für Fernsehen oder für Kino, dann ist es meistens irgendwie Premiere. Dann für zweite Sachen irgendwie After Effects. Wenn es dann aber spezifisch sein muss für Film oder für TV zum Teil, dann ist es schon eher Avid und am Schluss dann Finishing in Da Vinci Resolve. Auch aus dem Grund Da Vinci, weil ich halt meistens dann die Visual Effects auch mit Fusion mache. Seit 15 Jahren mit Fusion arbeite oder mit der Vorgängerversion für Fusion schon. Mit Nuke. Dann habe ich noch eine ganze Riesenpalette an Tools im Hintergrund. Cinema 4D, Maya für 3D-Animationen. 3D-Flow Cypher für Fotogrammetrie-Rekonstruktionen, wenn man am Set irgendwelche Set-Rekonstruktionen machen muss. PF-Track für Kameratracking. Es sind halt die höheren Hollywood-Tools. Kennt man halt eher und kosten auch relativ viel. Also ich kenne es nicht. Ich kenne jetzt von Kameratracking kenne ich nur After Effects, aber das andere kann ich nicht. Die anderen sind halt bei mir, ich habe mal relativ früh durch Beziehungen mit Leuten aus dem ganzen Umfeld von Hollywood habe ich mir dann entschlossen, okay, wenn es zahlbar ist und wenn es machbar ist, hole ich mir die großen Tools. Weil wenn es zum Beispiel vergleicht After Effects und halt zum Beispiel Fusion, ich meine Fusion ist der 10-20 Mal schneller, rein auch im Rendering oder gewissen anderen Sachen. Von daher natürlich sparst du extrem viel Zeit und Zeit, wie wir alle kennen, Zeit ist der größte Keypunkt. Also hast du keine Zeit, dann hast du ein Problem. Und das war halt auch eben mit Avid zum Beispiel oder hat viel angefangen habe, weil halt Avid hast du ein bisschen brauchst du mehr Zeit, um alles einzulesen, weil sie damals halt alles in Ereignisformat konvertiert haben, aber du hast halt hinten raus keinen Stress, weil du weißt immer genau, du kannst Play drücken und es läuft. Egal was du reinwirbst, sorry, ob jetzt irgendwie Tapeformat oder irgendwie Write to Raw oder sonst was, es wird dann homogenisiert und hinten raus hast du einfach immer eine saubere Timeline. Es gibt nichts, dass irgendwann mal irgendwie A264 oder A265 hängen bleibt oder sonst irgendwas, wo man Play drückt und sich jetzt mal nervt, dass zwei, drei Sekunden Buffering-Time braucht, bis dann überhaupt mal der Video abgespielt wird oder Stop drückt und man ist schon weit drüber, weil das halt noch das Buffering abgespielt wird. Und so habe ich halt dann auch nach und nach meinen Workflow in verschiedenen Sachen zusammengebaut. Und wenn man jetzt hier Post-Production in den Hardware reinguckt, wie man hinten dran sieht, ein kleines Rig mit vier Screens und großen Screens drüber. Darunter, die sieht man halt nicht, das sind Lenovo und HP Workstations, Z820, 840, jetzt kommt dann eine Z8, der Lenovo D20. Keine selbstgebauten Dinger oder irgendwelche Apple, weil, also Apple habe ich mal ursprünglich angefangen, bin aber mittlerweile überhaupt kein Fan mehr, weil Hardware-mäßig gerade halt vom Mischl-Effekt zum 3D her kommend, brauchst du Maschinen, die du spezifisch ausrüsten oder aufrüsten kannst. Also hier, die älteste, die hier steht, ist eine HP800, Z800, die hat 128 GB RAM drin, die ist aber irgendwie älter als eine zum Beispiel als eine Apple Pro, also die Trashcan, älter als der, ist aber locker doppelt so schnell. Einfach weil halt HP immer noch die Teile liefert, weil HP halt damals schon auf einem hohen LR-Avel das Ganze ausgebaut hat und was kann ich machen, ich kann jede Bix-beliebige Grafikkarte, jedes Schnittport, ich kann irgendwie ein eigenes Storage-Rate rein machen oder sonst was, damit die Kiste einfach jetzt zum Beispiel die mit M2-SATA-Platten ausgestattet sind, die ist extrem schnell. Intern, extern, alles was drüber läuft, ist die maximale Power ausgebotet, was an der Maschine betrifft. Und ich habe den Support von HP. Wenn ich die Maschine irgendein Problem habe, die neuen, die noch Support haben, ich kann die anrufen, die kommen vorbei, die bringen mir ein Ersatzgerät oder machen das innerhalb von 24 Stunden. Wenn ich ein Apple-Produkt habe, das geht mal irgendwo weg und dann kommt es dann irgendwann mal wieder. Das ist halt, wenn man wirklich international am Punkt Arbeit, dass man wirklich auf Timing liefern muss, ist das unumgänglich. Ja, das geht dann gar nicht, wenn du auf einmal sagst, ja, tut mir leid, aber der ist gerade im Support. Genau. Und eben halt, ich meine, es ist nicht so spezifiziert, ich kann Linux drauflaufen lassen, ich kann Windows drauflaufen lassen, meistens Sachen laufen jetzt auf Windows 10 und ich bin nicht eingeschränkt mit der Hardware, weil es jetzt nur Apple-zertifiziertes Zeug sein darf und ich kann die neueste Hardware reinwerfen und es geht wieder, es funktioniert und es ist super aufgebaut. Und dahinter hat es halt einfach ein großes Storage-System, das mit 10 Gigabit Ethernet angebunden ist und da wird einfach alles drüber geschnitten. Wenn es Rendering passiert, dann weiche ich auf aus ZeroRange oder irgendwelche andere Renderfarmen, zum Beispiel für Maya, 3D-Animationen oder für 4D. Cool, echt, das klingt ja mega interessant. Ich wusste, also so Renderfarmen, ich weiß so, Adobe hatte mir mal so einen Link geschickt von wegen, du kannst das auch hier, weil ich glaube, Adobe hat selber auch so eine Anbindung zum Rendern, aber das ist ja, ja gut, wenn du das nochmal eben machst mit Rendern. Ich habe, was cool ist, ich habe auch mit 3D Max angefangen, auch mit einer gequackten Version und habe mich da mal reingefuchst und habe mir da mal eine Gitarre in 3D modelliert, habe mich wirklich hingesetzt und habe dann so zwei Bilder genommen auf diese Ebene und dann halt von der einen Seite und dann halt diese einzelnen Punkte so modelliert und dann halt in 3D exportiert und das war wirklich, also ich war ganz stolz auf mich und das ist natürlich, was mir immer Kopfschmerzen gemacht hat, war das UV-Mapping. Ah, UV-Mapping, ja, das ist gut, das ist eh, UV-Mapping ist... da habe ich dann aufgehört. Genau, aber das ist auch, das ist auch das, was weiß ich, UV-Mapping war wirklich so bis vor 5 Jahren oder 4 Jahren, wo ich dann mit Visual Effect, äh, mit Virtual Reality angefangen habe, war für mich so, hm, interessiert mich nicht, brauche ich nicht, weil irgendwelche Shader und sonstiges Zeug oder gerade halt viel mit Visualisieren mit V-Ray für Maya und für Cinema 4, der gearbeitet hat, da brauchst du das ganze UV-Zeugs nicht und dann kamst du plötzlich ins Virtual Reality rein und das ist eigentlich alles angelehnt an Game-Bereich, oder? Mhm. Super. UV-Layout muss super sein, Low-Polygon-Modeling, alles Zeug, irgendwelche, äh, darfst du ja nicht irgendwelche verdrehten Faces und sonst Zeugs haben, irgendwie, das war wirklich ein komplett neues Level, wo ich sagte, oh, nee, ja. Ja, das ist wirklich Hardcore, also für Leute, die das nicht kennen, die jetzt gerade zuhören und sagen, wovon reden die beiden da? Das ist quasi wie, wenn du ein Bild auf ein 3D-Op, Objekt draufklebst, wie, als wenn du das tapezieren würdest und diese Tapete muss genau, die Nähte müssen genau einander schließen. So kann man sich das ungefähr vorstellen und das Problem ist, dass du diese, diese ganzen Daten auch nochmal separat eingeben musst, wie diese Tapete um dieses 3D-Objekt sich genau legen soll und dann hast du nicht nur eine Tapete sondern du hast noch die Glitzer-Tapete, du hast noch die Schatten-Tapete, du hast noch die, wie heißt der Bump, wie grisselig die Tapete sein soll und das sind ganz verschiedene, ganz, genau, ganz verschiedene Tapeten, sag ich, also finde ich es eigentlich ein gutes Beispiel, die übereinander liegen und die dann auch noch passen müssen und das ist dann, da habe ich dann aufgehört. Genau, das ist auch, da gibt es einige Jungs, die ich kenne, die ich meistens, wenn es geht, mache ich das bei denen, lachen lassen oder das ist mir dann irgendwie zu viel. Da gibt es definitiv Typen, die finden das super entspannt. Okay. Ja. Okay, ja, die musst du mir mal zeigen, also ne, für mich war das, das war, also das wird auch in 3D-Max wurde das ganz einfach auch erklärt, du hast sogar extra noch einen eigenen Editor für dieses Mapping, aber ich habe es trotzdem, das war immer, weil, naja, naja, cool, machen wir weiter und du hast jetzt auf jeden Fall High-End-Station zu Hause, um das alles zu rendern. Was mich jetzt interessieren würde, was nutzt du denn, um diese IA-Sachen zu rechnen oder diese 360-Grad-Sachen zu rechnen? Was für ein Programm nutzt du denn da? Also für, äh, eigentlich zum 360-Grad-Sachen arbeiten, gibt es natürlich zwei, eigentlich meistens ist es geteilt in zwei Softwaren, jetzt zum Beispiel 360-Grad-Videos, ähm, Real-Videos, ähm, muss man zuerst stitchen, das heißt, man hat meistens mit einem Rig oder mit den Kameras hast du zwischen 6 und 12, 16 Kameras, die eigentlich in einem Array in verschiedenen Setups angelegt sind, meistens sind sie in 6 in einem Kreis, einer ober, einer unten, wenn es Stereo sind, sind es meistens Stereo-Pairs, die nebeneinander angelegt sind, und die muss man zuerst und letzten Endes eigentlich zusammenfügen, das passiert im Stitching-Programm. Das eine, was ich brauche, ist, äh, Mystica, äh, das ist ein relativ günstig, relativ okay, gutes Tool, das kann relativ viele Rigs schon, ähm, das hast du zum Beispiel ein GoPro-Rig mit 6 GoPros zusammengestellt haben. Das kenne ich, ja, so eine Kugel ist das, ne, mit 4 R, das kenne ich, genau, oder zum Beispiel halt, was wir viel benutzt haben, die, ähm, Obsidian-R, das ist von, Koreanen, glaube ich, irgendwie, wirklich so eine komplette Kamera, ähm, die, äh, 8K-Auflösung macht, Stereo, also wirklich super, super schön eine Auflösung, ähm, und dann eigentlich, wenn du das ganze Material gestitcht hast, und das super gut ausschaut, funktioniert, auch dass die Stitching-Line, dass du das nicht irgendwo plötzlich so gekrümmte Linie hast, du siehst das manchmal, wenn du irgendwelche recht schlecht gemachten 360-Grad-Videos auf YouTube guckst, dass dann eine Person läuft und dann macht so, dann kommt sie plötzlich wieder, weil die Stitching-Lines irgendwie gewisse Sachen nicht sauber gelöst wurden. Das ist halt allgemein das Problem von 360 Grad Video, dass du genau an den Kanten der beiden Kameras, die sich überlappen, je nach Distanz vom Objekt, das sich bewegt, hast du das Problem, dass die beiden Linsen nicht wirklich sich matchen können, weil halt immer der Verzug der Linse da ist und das andere ist halt, es gibt keine Kamera, die halt von vom Nullpunkt, absoluten Nullpunkt im Kreis irgendwie den Chip positioniert hat. Es gibt keinen Chip, der nur wirklich in der Mitte, im Zentrum diese Kamerasysteme positionieren kann. Da hast du ein Offset und das ist halt dann das, wenn es zu nahe kommt, gibt es einen Verzug. Wo du immer aufpassen musst, wenn du jetzt zum Beispiel 360 Grad Videos drehst, dass du nicht näher als etwa einen Meter oder 70 Zentimeter an die Kamera rangehst, weil es sonst jetzt unmöglich ist. Es ist so dieser Fisheye Look ist das dann, wenn du so... Genau, genau. Und Sandra ist halt, genau, wir machen halt den Michel-Effekt, wir haben mit einer Kollegenfirma von Deutschland, die heißt InVR, Zünke Kirchhoff, haben wir für Arte Produktion gemacht und ich habe da die ganzen Michel-Effekte gemacht und da haben wir, oder mussten wir diverse Male, mussten wir auch dann letzten Endes ganz nahe Objekte, die an der Kamera sind, komplett dreidimensional nachbauen und dann als Composting drüberlegen in photoreistischen 3D, damit man nicht den Verzug hat, weil da gab es diverse Male, wo man dann irgendwo auf dem Sitz sitzt oder so oder auf dem, glaub ich, auf dem, was war das, mehr oder weniger auf dem Zahnarztstuhl und da waren Teile so nahe dran, dass die zu nahe an der Kamera waren und das war unmöglich, dass die zusammen gematcht wurden. Dann haben wir dann einfach letzten Endes das Ganze nochmal gefilmt, ohne den Stuhl und haben dann den Stuhl komplett fotorealistisch in 360-Grad-Film nochmal gerendert und dann drübergelegt. Und wenn du die Teile zusammengebaut hast, jetzt so gestitcht hast, dann kannst du nachher nochmal irgendwie in Premiere zum Beispiel schneiden oder in, was gibt's noch? Ich glaube Premiere ist im Moment eines der wenigen, die wirklich so ein bisschen 360-Grad-Video-Editing gut funktioniert und dann halt auch wirklich das Zeug anschauen kann. Ja, cool. Wie machst du das dann mit dem normalen Monitor? Also ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. Weißt du, was ich meine? Du hast ja... Ja, ja. Also jetzt langsam kommt's. Also die erste Produktion, 360-Grad-Produktion, habe ich gemacht für die Compas Swiss in in Iwador 2016 und zwar hatten wir da, wo hatte ich die Möglichkeit mit Kollegen zusammen, auf 350 Quadratmeter Fläche Virtual Reality, Extended Reality und 360-Grad-Videos zu zeigen. Im Publikum, wenn du da kommst, was wisst. Das ist eine große, das kann man eigentlich sagen, so eine Arbeitsmesse oder so irgendwas. Und wir hatten einen Deal mit den ganzen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst... Was war das noch? Ah, die Katastrophenschutz und Protektion Zivil, also Zivilschutz eigentlich. Die hatten ein komplettes Thema Katastrophen und Erdbeben. Da haben wir eine VR-Simulation gemacht, wo man dann halt mit der Brille komplett, mit der HTC Vive, durch den Parkour gehen musste, man musste eine Tür aufschlagen, man musste Personen retten, man musste ein Feuer ausmachen, man musste Tunnel durchkriechen und man musste Schutt wegräumen, um jemanden zu retten. Und nächstes, neben dem, gab es dann auch noch Demonstrationen, die wir dann von der Feuerwehr, der Polizei, aufgezeichnet hatten, 360. Da hatten wir, glaube ich, etwa sechs oder sieben 360-Grad-Kameras im Einsatz. Wo wir dann halt verschiedene Positionen gefilmt haben und das zusammengesetzt haben. Was natürlich auch ein bisschen problematisch war, weil halt je nachdem, was du dich bewegst mit 360 Grad, wenn du dann die Brille auf hast und du sitzt, dich zu schnell bewegst, wird es dir ja schlecht. Weil einfach das Missverhältnis vom Körper zu dem, was du siehst, zu groß ist. Später hat man dann das Ganze nochmal für eine Riesendemo auf dem Genfersee, Katastrophenszenario, aufgezeichnet, 360 Grad, wo dann ein Schiff mit zwei Personen in Brand geraten ist und dann evakuiert wird. Das haben wir auch aufgezeichnet. Und da haben wir wirklich alles von A bis Z blind gedreht. Also wir wussten wirklich, wo wir zurückgekommen sind, nicht, was wir gedreht haben. Weil zu der Zeit war es noch nicht möglich, dass du von den Kameras direkt ein Wi-Fi-Signal oder so, wo es zusammengestitcht an deinem Mobile-Phone gesendet wird und dann sehen kannst, was du drehst. Also du hast wirklich blind gedreht. Und heute ist es halt möglich, die meisten Kameras haben dann irgendeinen Wi-Fi-Port oder irgendwie Bluetooth. Und dann kannst du wirklich auf deinem Mobile-Phone, hast du eine App drauf und dann siehst du dann mit ein bisschen Verzögerung von zwei bis drei Sekunden siehst du aber wenigstens, okay, das Licht stimmt, das Bild stimmt einigermaßen, die Action stimmt hoffentlich auch, aber es ist immer noch nicht so, dass du wie beim 2D oder beim vielleicht Stereo-Filmen Screen dahinter hast und siehst eins zu eins real-time, was passiert. Also es ist wirklich immer noch ein bisschen so, hoffe es kommt gut, hoffe es passt. Also es ist echt so, oder so Zeugs, wie du sitzt dann irgendwann, weil du die Crew nirgends verbauen kannst, du bist dann irgendwie alles irgendwie zuerst einen halben Tag, irgendwie Licht irgendwo am Verstecken, Hinterpfosten, über irgendwelche Reflektoren irgendwie umsetzen, damit der Raum ausgeleuchtet ist, Kabel überall über den Teppich runter verstecken und so, weil du hast halt 360 Grad, siehst du alles. Du musst zuerst dir überlegen bei 360 Grad, wo kriegst du deine Crew weg? Entweder laufen dann alle im grünen Sud rum und werden dann rausretuschiert, was definitiv zu viel Arbeit ist in der Post-Production. Oder dann hast du halt dann so Zeugs, wie du dann halt irgendwelche Tische hast, die halt Tischtücher darüber haben und die Hälfte groß sitzt unter dem Tisch. Okay. Oder der Kameramann sitzt mit dem kleinen Screen oder mit dem Mobile-Handy unter dem großen Drei-Pod, wo die Kamera oben drauf ist, sitzt irgendwie halt drunter. Das klingt sehr interessant, ja. Also ich sag mal, wenn du das dann alles in der Post auch noch drin hast, dann weißt du ja auch, was hätte man auch besser machen können, oder? Also oder dann siehst du erstmal, ah scheiße, da hätte ich vielleicht noch das und noch das und noch das und dann musst du ja schon noch relativ viel rausschnibbeln dann, oder? Ja, ja. Also 360 Grad musst du ja auch bewusst sein, dass du alles zwei-, dreimal drehst. Also 360 Grad ist jetzt, wenn du einen gewissen Qualitätsanspruch hast, ist garantiert nichts. Das stellen wir schneller hin und machen im Interview. Da geht's halt schon, also bist du schon ein paar Mal am gucken. Und du hast halt nicht die Möglichkeit, dass du halt nochmal hingehen kannst, auch gucken wir euch schnell die Szene an, weil das ist irgendwie 4K oder 8K Material, das in einzelnen Kameras ist und du hast dann halt einfach nur so einen schönen runden Ausschnitt und viel siehst du da nicht. Also es ist wirklich ein bisschen blind drehen, halt wie vielleicht früher, wo man halt noch mit 35 Millimeter Film, wusste, okay, die Belichtungszeit muss das, das und das sein und hoffe, es funktioniert und hat man auch nie alles gesehen, weil genau in dem Moment, wo das Bild aufgezeichnet hast, hast du durch den Sucher nichts gesehen, weil dann halt der Spiegel sich dreht. Ja. Also von daher ist schon eine rechte Challenge und ganz ehrlich, mein 360 Grad Video hat seine hat seine Berechtigung, würde ich jetzt sagen, also im Dokumentarbereich, aber sonst Film drehen oder so ist, nee. Du hast zu viel Zeugs, das du nicht kontrollieren kannst und am Schluss hast du keinen interaktiven Film, sondern du hast einen normalen Film und wenn die Person, der Betrachter nicht genau in dem Punkt genau da hinguckt, wo du eben irgendwie ein Action oder ein Key-Element hast, dann hat er dann verpasst, der guckt da irgendwie da hinten und da vorne wäre die Action und der steht dann da und findet, was ist denn jetzt los? Ja, ich glaube, das ist auch mehr interessant, wie du sagst, für so Simulationen, das stelle ich mir sehr, sehr cool vor, wenn du da mit einer Brille dann das simulierst oder wenn du halt für Spiele, fürs Gaming oder so, ich glaube, da macht das eigentlich am meisten sein, ne? Genau. Ja, aber ich habe ja mit einem Kollegen mal das Resident Evil gezockt und das war, das war mir aufzureden. Ja, gut, das ist gerade hart, das ist ziemlich hart, aber eben, das sind dann wieder die interaktiven Teile, die hat dann wirklich nichts mit 360 Grad zu tun haben, dann hat wirklich Real-Time halt wie Games und hat dann Virtual Reality, komplette Simulationen, die komplett immersive sind. Also, wenn man es so sagen will, dass ein bisschen die letzten paar Jahre eben ein bisschen Startschwierigkeiten von Virtual Reality im Allgemeinen, aufgrund von dem, dass halt ein paar empfindige Marketing-Heinis kamen und meinten, ja, okay, VR 360, wo man sagen, ja gut, okay, es gibt kein VR 360. Wir haben damals 2016 an der Comptor Suisse die Positionen der verschiedenen Systeme so aufgebaut, dass sie zuerst Personen reinkamen, da kamen sie zuerst an einen Baum und da hat sie halt die ganzen 63 Grad Filmbrillen drauf gehabt und die konnten dann da die ersten paar Sachen von den Katastrophenübungen gucken. Und dann kamen sie dann nachher in HTC Vive auf einem Spielfeld von 5x5 Meter, wo sie sich komplett frei in Virtual Reality bewegen konnten. Und der Ausgangspunkt war immer noch, sie kamen vom Film und seien, ja, ja, das kann ich schon, das habe ich schon gesehen. Alles so blurry und nicht wirklich scharf und irgendwann wird es dir übel. Das ist Virtual Reality. Nein, es ist nicht Virtual Reality. Dann haben sie in die Brille gesteckt und dann kamen sie aus der Brille raus und meinten, krass geil. Du kannst wirklich dich bewegen, rumlaufen, du kannst unter den Tisch gucken, du kannst dich frei bewegen, du bist nicht eingeschränkt in eine Kugel wie mit 360 zu machen. Und dann am Schluss kam dann nochmal Air, wo du dann nochmal irgendwelche Sachen rumlaufen konntest, mit dem Mobile Phone oder mit einem Air-Brille, wo du durchziehst und dann halt ein Overlay von gerenderten Elementen hast. Das sind eigentlich drei verschiedene Sachen. Ja, cool. Also ich bin total fasziniert von der ganzen neuen Technik, was da alles noch kommt. Was meinst du denn da, wo die Reise hingeht? Was uns da noch so erwarten wird? Puh, das ist im Moment ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich denke, der 2D-Film, also wenn man es so sagen will, 2D- und 3D-Film, wie man es heute kennt im Kino. Der 3D-Film selber hat sich ja ein bisschen zerlegt oder das Stereo eigentlich, muss man sagen. 3D hat ja auch wieder marketingtechnisch irgendwie keinen Sinn eigentlich. Ja, weil es heißt Stereoskopie, Side-by-Side-Film und nicht irgendwie 3D. 3D wurde halt von Volksmund generiert und macht uns 3D-Artisten dann wieder das Leben schwer, weil dann irgendwie wieder jemand kommt, ja, wir haben einen 3D-Film, also animiert einen 3D-Film. Ja, ja, ja. Ah, die meinen Stereo. Aha, anders ist nicht das Gleiche. Das ist bei mir das Gleiche mit Video und Film. Entschuldigung, dass ich die unterbreche. Ja, kein Problem. Ja, eben, aber das ist ja genau auch das Problematische, wie du sagst. Das ist halt eben die, die gewisse Leute haben dann nicht wirklich die Müsse, sich dann reinzuhängen und versuchen rauszufinden, was ist welches Element gemeint. Und eben, Video und Film. Ich meine, ich habe da am Anfang, weil ich seit Anfang an immer welche Leute supporte habe ich, wo dann die Red Scarlet rauskam, habe ich so ein paar findige Kollegen gehabt, die dann irgendwie von einer Sony VH-X200 oder so ein kleines Camcorder-Ding irgendwie sich gleich eine Red gekauft haben. Kam dann so an und meinte, hey, guck mal, was ich gekauft habe. Und dann meinte sie so, ja, cool, okay. Ja, aber musst du mir jetzt ein paar Sachen noch erklären. Wo ist das Bild im Mikrofon? Hey, das ist eine Filmkamera. Ja, also wieso, was ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Ja, also guck mal, das ist das und das ist was ganz anderes. Und auch in der Produktionsstrecke ist das ganz anders wie das. Ah, oh, das heißt doch heute noch. Also meine, Blackmagic zum Beispiel ist auch so ein typischer Punkt, wo sich viele jetzt irgendeine Blackmagic kaufen und dann jammern, irgendeine Post-Production, wieso, dass sie irgendwelches Material nicht verarbeiten können, weil man halt sagen muss, okay, du kannst dann halt das Rohmaterial nicht mehr irgendwie auf deiner externen USB-Platte drehen oder editieren, weil die einfach einfach der Durchsatz fehlt oder verschiedene Sachen. Du spielst dann halt schon in einer anderen Liga mit, nicht mehr im Semiprofessionellen. Ich mache mal ein paar Handy-Videos und habe irgendwie einen kleinen Codex, sondern du hast halt dann richtiges Zeug, richtiges Material. Da ist die Diskrepanz. Das Gleiche halt eben auch mit dem ganzen Zeugs, was jetzt hingeht. Auf der einen Seite denke ich, es geht hin, werden die ganzen Medien, die wir haben, im Film, wird beibehalten, das bleibt, weil letzten Endes Story erzählen in 360 oder in Virtual Reality kannst du nicht so gut, wie du das halt im Film kannst. Im Film kannst du mit der Unschärfe spielen, um von einer Person, wenn sie gegenüber sitzen, von der Schärfe hin und her zu ziehen, damit du auch visuell in der Story noch mitgehst, dass die beiden sich unterhalten oder du kannst den Zuschauer lenken mit dem visuellen Bild, mit dem, dass du nur sie fokussiert sind auf, was vor ihnen liegt, die Leinwand, die ist überschaubar, da sieht man, das ist okay. 360 Grad wird Dokumentationsbereich sein, da wird es auch halt mit der Auflösung weiter hochgehen. Ich denke, der 2D-Film wird sich nicht wahnsinnig viel verändern. Klar kommt neue Kameratechnik, vielleicht irgendwann sind wir dann plötzlich bei 16K. Weiß dann zwar nicht, wie man das in der Post-Production macht. Ja gut, wenn man jetzt zurück überlegt, wenn du jetzt zurück überlegst, zehn Jahre vorher, da war ja S-HD, nee Quatsch, da kam gerade Full HD glaube ich auf den Markt und da war das ja schon so, boah, Full HD, mega, weil jetzt ist ja 4K-Standard, 12K ist glaube ich aktuell das höchste, was WET glaube ich produziert mit der Helium. Ich glaube, oder? Ich berichtige mich, wenn ich falsch finde. Helium ist im Moment 8K, von Sony gibt es eine 12K-Kamera, glaube ich. Aber das ist auch noch nicht so spruchgereif, Prototyp. Es gibt diverse hochauflösende Screens in der Richtung. Es gibt Sachen wie Near-Field-Kameras, die irgendwie da auch zusammengebastelt wurden, wo man einen ganzen Array hat mit verschiedenen Kameras, damit man dann eigentlich ein bisschen hinter das Objekt schauen kann. Aber auch da, ich meine, die eine, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die eine Prototypen-Kamera ist ein Riesenmöbel, Riesending, kannst du fast nicht produzieren damit und hat irgendwie, glaube ich, hätte um ein Array, glaube ich, mit 25, 25, mal 25 Kameras und einen Durchsatz pro Sekunde, glaube ich, über 890 Gigabyte oder so irgendwas. Ich meine, mit dem jetzt kannst du nicht arbeiten. Nein, kannst du ja mit dem Wohlstand abspeichern. Und dann musst du noch damit arbeiten. Das ist jenseits. Und da denke ich, da wird es, die Auflösung wird höher gehen, wird auch bei 360 Grad, logischerweise muss höher gehen, weil, ich meine, im Moment muss ich sagen, bei 360 Grad mit 8K sind wir am untersten Level. Einfach auch, wenn du überlegst, okay, du hast ein Screen, wo du reinguckst, HD, und wenn du guckst, wie viel mal HD in 8K Platz hat, dann hast du einen Winkel von 90 Grad oder nicht mal. Und dann siehst du Pixels. Und das macht dann eben das aus, dass es blurry und schlecht ausschaut. Und Stereo muss es sein, damit es halt wirklich nicht den Eindruck generiert, dass du halt in der Kugel gefangen bist und um die Kugel irgendwas projiziert wird. Genau. Und sonst, ich denke, was passieren wird, wir werden irgendwann keine Mobile-Phones mehr haben, sondern irgendwann eigentlich nur noch Brillen mit Augmented Reality. Das heißt, dass du alles, was du an Overlays oder sonstige Sachen hast, wie Google Glass von dem Stil wirklich halt überall siehst und was auch immer. Und ja, das denke ich. Ich habe mal ein Video gesehen, da war eine Armbanduhr. Da war dann auf der Armbanduhr, wo da so ein Bild projiziert. Und das war auch, da kannst du auch mal telefonieren und auf deinem Arm dann tippen, die Telefonnummer und so. Ich glaube, das ist schon, das macht Sinn. Also es ist jetzt gar nicht so weit weg, dass das sowas geht. Naja, also da kommt sicher einiges in der Richtung. Cool. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir eigentlich Thema Ausrüstung soweit durch. Marketing. Mit welchen Marketingmaßnahmen findest du denn jetzt gerade, wenn du zurückdenkst für Einsteiger jetzt heutzutage, findest du da dann am sinnvollsten? Marketing bin ich immer schlecht. Das sieht man im Moment auch. Ich bin gerade immer meine neue Webseite machen. Das heißt, meine Webseite im Moment sieht man nur in meiner Adresse drin und glaube ich einen Link irgendwo in Vimeo, glaube ich. Von Sachen, was auch uralt ist. Ja, Marketing, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man natürlich auch irgendwie gute Konzepte im Moment macht. Was mit dem nicht direkt mit Marketing zu tun hat, aber letzten Endes in unserem Business meistens ist es so, dass es Mundpropaganda ist, dass der größte Punkt, was letzten Endes ausmacht und man am meisten, glaube ich, Referenzen und Lehrmäßen auch irgendeine Aufträge generiert, weil die Szene der Schweiz zum Beispiel ist sehr klein. Europamäßig, wo ich viel unterwegs bin, weltweit ist es auch nicht riesengroß, aber du hast dann halt einen Kollegen, ah, das sind Spezialisten, den musst du nehmen und dann so eigentlich relativ viel an internationalen Arbeiten, Aufträge herangekommen bin, oftmals nicht mal viel Referenzmaterial zeigen musste, weil die haben ein paar Sachen schon gesehen oder gehört, was ich gemacht habe und dementsprechend dann ging es eigentlich so relativ gut. Ich denke, für jemanden Neuen ist es gut, dass man halt vielleicht ein paar eigene Ideen verwirklicht und wichtig in dem Moment nicht versucht, in dem Stil, dass man mit dem Preis weit runter reinhaut, dass man unbedingt einen Auftrag kriegt. Das hat zwei Sachen zu folgen. Zum einen, es ist nachhinein extrem schwierig, den Kunden wieder zuzubringen, dass er den vollen Preis bezahlt und zum anderen zerstört das Business. Das ist im Moment das, was halt im Moment auch ein bisschen ich sehe im normalen Video oder einfach ein YouTube-Video oder einfach ein Video-Bereich, denn die Preise sind so extrem zusammengefallen, dass natürlich Leute oder neue Abkömmlinge von Schulen erstens mal nicht viel zu Bord kriegen von den Schulen selber, um auch zu wissen, eben Marketing-mäßig oder was man soll mal eigentlich machen oder was sind die Preise und zum anderen dann das passiert, dass sie natürlich dann auf Bieg und Brechen versuchen, Aufträge zu generieren, um ein Portfolio zu generieren. Weil was passiert, wie überall eigentlich auch in unserer Industrie, du kommst gerade von der Schule und die meisten Firmen wollen dann Personen mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung. Das heißt, wenn du von der Schule kommst, musst du irgendwie fast selbstständig irgendwas wursteln, damit du irgendwie fünf Jahre im Business drin bist und dann irgendwo ein Portfolio zusammen hast, wo du sagen kannst, guck, das habe ich gemacht. Was aber viel dann das Problematische ist, den Preis runterzudrücken, hilft dann überhaupt über das ganze Business nicht. Umfarm hilft es dir überhaupt nicht, weil du kriegst den Preis nicht mehr hoch. Darum ist es einfacher, dass man das, was ich immer gemacht habe am Anfang oder auch immer noch mit neuen Kunden viel machen, ich mache dann das so, ich schreibe eine Offerte und sage dann, okay, weil es den ersten Auftrag ist, gibt es 25% oder irgendwie so einen Prozentsatz drauf, wo ich aber alle Kosten bis zum Schluss aufgelistet habe. Der Kunde sieht das Ganze total, nahten halt zum Beispiel 25% oder irgend sowas drunter und sagt, okay, gut, das erste Mal zeige ich nur das. Aber er sieht, was es kostet. Ja, das macht Sinn. Und wenn du, ich glaube, es wirkt auch für den Kunden, der hat ja keine Ahnung, der sieht ja nur das Endprodukt, habe ich jetzt ganz oft schon gehört, diese, ja, aber das kann ja nicht so schwer sein, so ein Video mal eben zu machen. Diese Sprüche wirst du wahrscheinlich schon mal gehört haben. Ja, ja, ja. Was sollte daran so schwer sein? Und wenn man, wenn sie sich dann selber mal dahinter knallen, also jeder, der selber mal ein Video gemacht hat, sagt mir dann auch, das ist ja gar nicht so einfach. Ja, das ist auch gar nicht so einfach. Weil es ist ja nicht nur das bewegte Bild, es ist ja auch noch der Ton dahinter. Also das ist ja auch nochmal eine Sache für sich. Genau. Und da ist halt genau der beste Punkt, marketingmäßig, setz dich mit dem Kunden hin und mach halt auch Beratung mit ihm. Setz dich hin und entwickle mit ihm die Story. Versuch dich zu implementieren. und gib ihm das Gefühl, dass er von Anfang an dabei ist. Und letzten Endes, klar, wie überall, gib ihm das Gefühl, dass alles seine Idee war. Dann ist es eh kein Problem, weil es so gut kommt, wie man es umsetzen kann. Geiler Tipp, sehr cool, ja. Genau. Und Marketing sonst mäßig, also klar, meine gute Referenzportfolio-Liste irgendwie zu haben, macht dann doch auch viel aus, verschiedene Namenslisten, wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt für Siemens, für Swisscom, was ich was alles Zeug gemacht habe und auch nachfragen könnte. Je nachdem, wer es halt ist oder wenn man irgendjemandem bekannt ist, vielleicht Testimonios oder so irgendwas, das hilft sich auch. Das dachte ich, ich alles nie gemacht habe. Schlecht. Mein Marketing, glaube ich, war mein Kunden mittlerweile so, die haben mich dann angefragt und meinten, sie müssen extrem gut sein, weil ihre Website ist so steinalt. Sie müssen so ausgebucht sein, sie müssen gut sein. Ja, geil. Das ist auch richtig cool. Das ist natürlich auch ein Trick, die Website einfach verhalten lassen. Ja, cool. Das stimmt schon. Das Problem ist ja, wir Kreative, ist ja meistens so, du hast ja voll Bock, so kreativ zu sein, machst dir Gedanken wegen Technik und Ausrüstung und alles und aber so dann das Vermarkten und so das Ganze drumherum, da hat man ja auch gar keinen Bock drauf. Das ist ja einfach so. Das ist, ja genau. Und das ist der beste Punkt sowieso. Wie bei allem, wenn man irgendwie selber anfangen will oder selber irgendwie sich reinhängen will, mach es nicht alleine. Guck dir, guck, dass du mit Kollegen oder Freunden irgendwas zusammen machen kannst. Zieh dir Leute zusammen, die gewisse Stärken haben. Und der eine ist, muss Verkäufer. Zum Beispiel, ich bin selber, ich kann gewisse Sachen gut verkaufen, aber mich selber, würde ich jetzt sagen, nicht wahnsinnig gut. Ich habe immer Glück gehabt, ich habe immer irgendwie doch mit meiner Leistung irgendwas machen können, aber wenn ich jetzt Klinke polieren muss oder irgendwo rauskomme, da bin ich, glaube ich, irgendwie nicht wirklich so der Typ dafür. Dafür habe ich immer geguckt, dass ich irgendjemanden habe, der das übernimmt oder eben ganze Back-End, Back-Office-Zeug oder so Zeugs. Das ist alles, was ich extern gebe oder weggebe, weil das sind so Zeugs, das hast du keine Zeit und wir allgemein Kreativen, würde ich jetzt sowieso sagen, Zahlen, Rechnungen, sonstiges Zeug, haben wir erstens dann keine Zeit, machen es dann vermutlich auch nicht gerne. Also weg damit. Gibt es irgendwo extern, da gibt es Firmen in der Schweiz zum Beispiel die Sprecherkasse zum Beispiel, die macht auch für Filmleute macht die auch das das ganze Back-Office. Das heißt, du bist dann über ihr GmbH schreibst du dir auch die Rechnung, es gibt dann einen kleinen Fee, die sie auf der Rechnung zusätzlich verteilen, wo wird dann aber letzten Endes über die Sprecherkasse abgerechnet, den ganzen Vertrag. Sie rennen auch dann nachher letzten Endes den Kunden hinterher, machen rechtliche Schritte, wenn ihr jetzt nicht zahlt oder sonst was, Mahnungen und sonst was, da hast du mit dem gar nichts mehr zu tun. Das ist schon ein großer Punkt, was ich irgendwann mal drauf gekommen bin, wo mir relativ viel Sachen abgenommen haben. Ja, das ist doch cool. Ja, was jetzt viele machen, ist es sich auch einen Agent zu holen und zu sagen, hör mal zu, ich möchte irgendjemanden haben, der kriegt, war jetzt letztens auch, der macht dann, kann auch gerne 50% Provision haben, aber der soll mir dann Aufträge besorgen und ich will einfach kreativ sein. Und das finde ich eigentlich auch schon cool, wenn du dann, wenn du dann wirklich jemanden hast, der dir einen Auftrag nach dem anderen, der guckt, wie bist du ausgebucht, wie schaffst du das und das glaube ich schon cool, wenn du dich dann einfach um das Wesentliche und einfach kreativ sein kannst. genau, also das ist auch das, was ich auch immer ein bisschen versuche oder so mit einer Gruppe zusammen, Netzwerke aufgebaut habe. Der eine ist mehr, macht ähnliche Sachen wie ich, aber ist mehr der Verkäufer, ich mache nur das technische Backend, er ist da mehr im ganzen Zeug und dann teilen wir uns das auf, okay, das ist seine Firma, läuft es dann drüber, wenn es von ihm herkommt, vor allem wenn es von mir herkommt, läuft es da drüber. oder das ähnliche, wie wenn ich Filmproduktionen gemacht habe, ich bin nicht unbedingt der Regisseur, dementsprechend wollte ich mir immer irgendwelche Regisseuren rein, ich habe die Kamera gemacht, ich habe die ganze Produktion geleitet, aber ich habe einen Regisseur reingeholt, weil ich gesagt, okay, ich fokussiere mich aufs Bild, auf die Kamera und alles, was hinter dran ist, inklusive Pre-Production, Art Direktoring und Visual Effects Sachen und er darf mit den Schauspielern das rauskitzeln, damit es dann wirklich auch vor der Kamera richtig gut ausschaut. Ja, das wird ja auch zu viel, also wenn du dich dann am Set um alles kümmern musst, du verlierst ja den Überblick und dann wird es nicht gut, dann wird es so halbherzig, was ist ja logisch. Genau, und es ist ein Teamwork, also das ganze Business ist ein Team-Effort, also ich meine, ich habe früher immer wieder mal mit gewissen Leuten zusammengearbeitet, die halt wirklich so, ich habe meine kleine Produktionsfirma und bin Produzent, sprich alles, wo dann halt ich versucht habe, mit denen zusammenzuarbeiten. Manchmal ist das recht schwierig gewesen, ist halt auch jetzt noch ein bisschen vielleicht eher Typen von der älteren gerade gewesen, aber Eigenbrödler und es musste dann immer das sein und du bist eigentlich dann immer so, du kannst nicht irgendwie kreativ arbeiten, weil halt der hat fix die Idee und Huda hat dann auch nicht kommuniziert, was fix die Idee ist und dann bist du da drin, das heißt da und wehe du machst dann irgendwas anderes, dann ist es gar nicht gut. Und darum eigentlich immer Teamwork, weil dann hast du eben halt wenn du in Produktionen größer sind, hast du halt ein Team von fünf bis zehn Leuten für eine Produktion, dann hast du halt irgendwie Set-Aufnahmeleiter, wichtig, weil der der nimmt ja den ganzen Druck von hinten, der koordiniert alles im Hintergrund. Bei mir zum Beispiel Regisseur oder dann halt wirklich ganz Keygrip, der weiß genau, okay, da muss da irgendeine Dolly-Schiene, Dolly hin oder dann da muss Licht so und so hin. Dass du wirklich ein Team hast von verschiedenen Leuten, muss nicht alles immer fix angestellt sein, aber du hast ein Pool von Teamleuten, die du dann letzten Endes die ganze Produktion und die ganze Ablandung miteinander machen kannst. Cool, ja, auf jeden Fall, das macht Sinn. Sehr cool. Wir sind eigentlich am Ende. Hast du noch irgendwas, was dir so auf der Seele brennt, was du noch erzählen möchtest? Ja, im Film, sei nicht zueinander. Nee, ähm, du eben, ne, ich hätte eigentlich, gut, ich habe noch tollen Hinweise an irgendwelchen Storys, aber das wäre für ein anderes Thema. Ja, also wenn du Bock hast, Chris, du bist ja wirklich in der Nähe, also nur für Leute, die das nicht wissen, Chris wohnt in Zürich, ich wohne, äh, fünf, ja, 40 Kilometer davon weg und dann können wir uns, wenn du wirklich Bock hast, würde ich dich besuchen und dann können wir uns da noch gerne mal so ein Live-Interview machen und dann können wir gerne mal so Storys erzählen, weil Story ist ja King, weil Geschichten erzählen, da hören die Leute auch zu und wenn dir da, wenn dir da was einfällt, wo du sagst, ja, das könnte man bestimmt mal erzählen, das würde Leute interessieren, andere Kreative, um vielleicht auch so ein bisschen Mehrwert davon zu haben, davon was zu lernen, dann, wenn du Lust hast, also würde ich dich sehr gerne mal Du sehr gerne? Ja, klar, sehr gerne, weil das, ich denke, da sind gerade so die Storys, also ich kenne das von, von einem Event, wo ich immer wieder bin, wo sie irgendwann das mal auch implementiert haben, äh, das hatte sich dann War Stories genannt und da warst du zum Beispiel, ähm, Scott Ross, der Gründer von Digital Domain, ähm, da war es dann noch oben, ja, diverse Hollywood-Größen und die haben dann eigentlich da für zwei Stunden ein Podiumsgespräch haben die da eigentlich alle Hintergrundstorys von irgendwelchen Hollywood-Produktionen mal erzählt und wir haben uns, glaube ich, zweieinhalb Stunden einfach krumm gelacht, weil das waren Storys, wo man auch wieder sagen musste, hinterher, so nachher, okay, nein, so sollte man es definitiv nicht machen, ähm, wow, ja, also wo einfach Sachen sind, wo, wo passiert sind und wo man dann irgendwie im Nachhinein so denkt, meine Güte, also das funktioniert und wenn du selber sagst, wenn du einen kleineren Produktionen da bist und du denkst dann schon, mein Gott, was ich schon alles erlebt habe, wie irgendwelche Produktionen irgendwie von Stadt gefunden haben, ähm, der, als Beispiel, irgendwie der eine super, also eine sehr bekannte Schauspieler irgendwie am Set, wo ich war, hat dann irgendwann den, äh, Assistant Director vom, vom Set gestellt, aus dem Grund, weil er sagte, du, guck mal, du machst einen verdammt guten Job, ist nichts gegen dich, ich kann den Regisseuren einfach nicht vom Stett stellen. Okay. Weil einfach der Regisseur irgendwie keinen Plan hatte, was er eigentlich machen wollte. Oder einfach schon, schon das erste Mal überhaupt geschafft hat, dass er im ersten halben Tag Dreh von vier Tagen irgendwie mit Hollywood-Größen irgendwie, ein halb, äh, schon fast einen Tag hinterher im Drehplan war, nach dem halben Tag. Oh, das geht gar nicht, ja. Ja gut, aber der, der wird ja auch nicht mehr gebucht, der Regisseur, oder? Der ist ja dann eigentlich auch, das spricht sich ja auch schnell rum in der Szene, oder? Ja, das ist, ja, genau, also das gibt es schon. Ja, cool. Ja, würde ich auf jeden Fall gerne mal feststellen. Wir machen das einfach hinterher, wenn wir Podcast beendet haben, das interessiert glaube ich keinen, wie wir da uns treffen und so. Genau. Machen wir kurz Schnellfragerunde am Ende und zwar würde ich gerne einfach, dass du die folgenden Fragen einfach ergänzt. Aha. Bist du bereit? Gut, so ich. Okay, deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Story, Story, Story. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Große Farbtiefe und große Auflesung. Dein Lieblingsbuch ist? Dune. Dein Lieblingszitat ist? Oh, habe ich ein Lieblingszitat? Wisse ich jetzt glaube ich keins. In fünf Jahren werden Videos? Digital bleiben, hoffe ich. Dein Vorbild ist? Schwierig zu sagen, mehrere. Sicher eins, Scott Ross und wie ist die jetzt gerade, so gibt es verschiedene vermutlich. Okay. Deine Webseite, die noch uralt ist, die heißt? www.g3d.ch Die wird ja bald aktualisiert und dann... Ja, genau. Okay. Ja, cool. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe richtig viel gelernt. Super, ja. War richtig cool. Danke dir, Chris. Und für alle anderen, wenn ihr noch Fragen habt oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich verlinke auch seine Webseite, die dann halt irgendwann neu ist und da könnt ihr gerne mal draufklicken, besucht ihn mal seine Arbeiten an, sein Portfolio und dann... Ich denke mal, das wird nicht das letzte Video sein und dann schreibt es einmal unten rein. Vielen Dank.